Guten Tag, mein Name ist Piranha Pflanze. Sie kennen mich vielleicht aus so Spielen wie Super Mario World, New Super Mario World, New Super Mario Bros. Re Deluxe oder auch aus Super Smash Bros. Ultimate. Tom hat gerade keine Zeit, denn er ist zu Gast bei einem Podcast der Firma Gaming Clerks. Unten in der Videobeschreibung finden Sie die Verlinkung zum besagten Podcast und zu besagter Folge mit ihm als Special Guest. Ja. Hört euch das an, das ist sehr interessant. Ja. Und dann kommt zurück und liked dieses Video und kommentiert. Und dann folgt uns allen. Ja. 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 Tschüss. Ich bin zu dick geworden.